Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder bei Wolfenstein The New Order und wir sind wieder zurück hier in unserem Versteck und sollen mal mit Anja reden, dann lasst uns das doch tun. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dati Schut in Polen während des Kriegs. Oh, hm. Schön, wir sind also doch nicht ganz allein. Okay, Karte aktualisiert. Gehe zum Archiv und wir suchen nach Schimmelbeton. Mal gucken. Ja, hat es hier noch was Neues gegeben? Wir waren ja doch eine ganze Weile nicht mehr hier. Mal gucken. Hier waren wir schon, das haben wir gesehen. Hier haben wir einen Stuhl, auch schön. Hinsetzen können wir uns aber nicht. Einen Haufen Notizen. Ja, überall. Oh, hi, überall tatsächlich komme ich hier hoch. Nein, schade. Da wäre ich jetzt glatt mal gucken gegangen. Hallo, junge Frau, was tun Sie? Sie sucht einen Radiosender. So wie es aussieht, hier haben wir die Vorratskammer. Das ist das Archiv, da haben wir den Schlüssel nicht. Sie brauchen den Schlüssel, Idiot. Fergus Reed war vorhin hier. Jawohl. Er hat den Schlüssel. Okay, danke. Also, freundlich sind ja die schon. Fergus Reed, Fergus, wo bist du? Du bist irgendwo hier oben. Oder du warst zumindest mal hier oben. Wir gehen mal gucken. Das ist hier wieder dieses schöne Kerzengebilde. Das gefällt mir schon sehr gut. Hier wohnt Max. Hier haben wir einen Abstellraum. Ja, nochmal sowas. Hier blinkt was. Wir gucken mal. Abweichlerische Mörder gefasst. Okay, ihr wisst, Pausenmodus, dann könnt ihr lesen. Hier drin müsste dann der Kollege sein. Fergus, ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja, Moment. Fuck, fuck, fuck! War das okay, Fergus? Ich werde alt Blazkowitsch. Keine Ahnung, wie lange ich das alles noch mitmache. Es wird schon klappen. Wir können es noch schaffen. Ja? Und wie lange noch? Was soll das werden, Fergus? Ich weiß es nicht. Nichts. Alles. Es geht um den Jungen, verdammt. Private Wyatt. Er sollte hier stehen, nicht ich. Er war noch jung. Er hatte Potenzial. Mit ihm gäbe es eine Zukunft. Wir beide sind Relikt aus der Vergangenheit, die nur noch der Wille aufrechthält. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Tja, ist ziemlich offensichtlich, oder? Ich war bereit zu sterben. Ich hätte es gern getan. Ich habe meinen Arsch gegeben, um den Jungen zu beschützen, Blazkowitsch. Und Sie haben sein Leben einfach weggeworfen. Erinnern Sie sich an Prendergast? Der Körper hat einfach alles überlebt. Und jetzt ist er tot. Sie sind alle tot. Und Sie sitzen hier mit diesem nutzlosen Kreis. Ich meine, wie soll es langfristig weitergehen, hm? Wer wird übernehmen, wenn wir die Zügel nicht mehr halten können? Fuck! Und jetzt raus mit Ihnen. Ich muss mich ausruhen. Tja, hm, haben wir uns falsch entschieden? Kann man sich denn überhaupt falsch entscheiden bei so einer Entscheidung, bei der einer sterben muss? Ich denke, nein. Ich nehme mal an, wenn wir den Jungen leben lassen hätten, sozusagen, oder dafür gesorgt hätten, dass eben nicht der Junge stirbt, dann hätte der jetzt hier drin gesessen und hätte das Ganze wahrscheinlich umgedreht kommentiert, sprich, dass wir eine Legende umgebracht haben. Ich nehme mal an, ja, eben, da kann man nichts richtig machen. Wäre auch ein bisschen zynisch, wenn man da irgendwas in irgendeiner Form richtig machen könnte. Gut, wir haben den Schlüssel. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch ein Stück Schimmel. Jetzt gehen wir mal gucken, wo wir den finden. Das müsste... Ach so. Okay, wir sind schon weg. Wir müssen wohl hier lang. Hier geht's raus. Oh. Sieht ja nett aus. Okay, Primaten. Die Tekla, die steht auf meinem Zettel. Aha, hier sind die Hubschrauber. Ja, deswegen hat sie von Hubschraubern erzählt. Ist klar. Das sind die, die wir gestohlen haben. Karte aktualisiert. Kaution Mold. Das müsste eigentlich heissen... Achtung, Schimmel. Hubschrauber müssen die Abdeckung weggeblasen haben. Aha. Okay. Hubschrauber wird weggeblasen. Dann müsste es irgendwo eine Stelle haben, die, äh, ja, sozusagen, frei liegt, die man... Ihr kennt so wie diese Tafel hier. Wenn die jetzt, wenn es hier weiss wäre, wäre da wahrscheinlich mal eine Tafel gewesen. Hier vorne sind Leute. Okay, das ist der gute Max. Ah, und hier sehe ich eh schon eine Markierung. Ich verstehe das nicht. Kein einziges Kabel. Alles ist glatt und aufgeräumt. Wo ist das Innenleben von diesem Ding? Hm, Max? Max, heiß? Ja, 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 das sehe ich ganz genauso. Der gute Max. Und hier noch Caroline. Caroline, ich sage immer Caroline. Oder möchte Caroline sagen und merkt dann, die heisst nicht Caroline, sondern Caroline. Dann gibt es so ein Mix draus. So einen blöden. Ähm. Ja, dann lasst uns mal gucken. Hier hinten hat es eine Markierung. Das sieht auch schon eher schimmelig aus. Das ist ein Schimmelfleck. Ich brauche eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Die müssen hier doch ein paar Werkzeuge haben. Okay, wir suchen eine Kreissäge. Da liegt ja schon eine. Oh. Hoppla, okay. Okay. Also, nehmen wir ihn da unten. Max, heiß? Ziemlich tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch ihren Weg zurück, oder? Ja, das ist wahr. Das machen Arbeiten relativ selten. Wäre noch angenehm, wenn es so wäre. Ja, ich gehe mal davon aus, wir finden hier schon zurück. Wir haben hier unser Laseratomkraftwerk. Das heisst, irgendwo wird es wahrscheinlich noch ein Gitter oder etwas haben. Ich glaube nicht, dass wir das Ding hier durchsägen können. Wir gucken erstmal, bevor wir die ganze Energie verschwenden. Was sind das? Selbstschussanlagen? Tatsächlich. Äh, soll das hier tatsächlich noch gefährlich werden? Moment. Wir müssen nachher hinten. Zumindest da ist ein Ausrufezeichen. Äh, aber das ist ja da, wo wir runtergefallen sind. Da werden wir ja nicht hochkommen. Kann ich hier? Nee, bringt nichts. Okay, das ist wahrscheinlich, um da die Selbstschussanlagen zu eliminieren. Aber ist ja schon nicht schlecht. Die lassen uns dann hier einfach hier unten, obwohl sie wissen, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Irgendwas ist hier hinten. Okay. Nochmal gucken. Jetzt ist, jetzt ist das Zeichen weg. Ist interessant. Das bringt nichts. Ich möchte nicht irgendwie dann plötzlich wirklich noch die ganze äh, Power hier verschwenden. Das kann es nicht sein. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die beiden Geräte oder um das eine zumindest. Ja, war nur eines. Okay. Also, eigentlich wollten wir ja nur Schimmel holen. Dafür haben wir dann doch äh, einiges hier zu tun. Komme ich hier nicht rein? Ne, so nicht. Ähm, hier ist das gute Stück schon ein bisschen kaputt, aber das bringt in dem Sinne nichts. Und eben, jetzt nochmal drauf schiessen. Äh, bringt auch nichts. Wir haben ein Kabel, das ist abgeschnitten. Müssen wir denn da lang? Ja, da wird es auch nach hier hinten gehen. Okay. Wie kommen wir denn sonst noch nach hier hinten? Gar nicht. Äh, das ist die falsche Richtung. In die und um die Kurve. Ja, da sind wir wieder da, wo wir gestartet sind. Hä, hä, hä. Ne, falsch. Hier wäre das. Ja, das wäre auch die richtige Richtung. Bringt uns aber natürlich auch eher wenig, da wir hier nicht durchkommen. Ich gucke immer ein bisschen, ob ich irgendwas zerschießen kann. Nein, das funktioniert nicht. Okay, hier kommen wir definitiv auch nicht weiter. Also muss die Lösung irgendwo hier sein. Nur wo? Ach, jetzt kommen sie wieder mit dem Rätselspass. Rätselspass mit Heisi, das ist immer ein Spass. Wer so mal gesehen hat auf meinem Kanal, der weiss, wie sehr ich solche Rätsel liebe. Es ist, äh, nicht meine grösste Liebe. Vielleicht irgendwie die Kiste zu deppern? Ne. Auch nicht. Oh, jetzt ist die Energie dann langsam pleite. Da könnten wir aufladen. Da müssen wir aber schon hier reinkommen. Es ist gerade ein bisschen rätselhaft. Nochmal auf die Map schauen, da steht nichts. Wir müssen hier nachher hinten. So viel ist mir klar. Nur, wie schaffen wir das? Hier kommen wir nicht durch, da vorne kommen wir nicht durch. Habe ich irgendwas oben übersehen. Da wäre so etwas ähnliches wie ein Loch. Das kann es auch nicht sein. Wahrscheinlich ist es etwas ganz Einfaches. Es ist im... War das vorher schon so? Ja, was sonst? Auch nicht schlecht. Ich habe gerade noch gesagt, wahrscheinlich ist es etwas ganz Einfaches. Das sah für mich so ja zu aus. Naja gut, es war offen. Also, dann laden wir mal auf. Ja, das war ein Riesenrätsel. So viel zum Thema. Ich habe gerade noch gesagt, ich liebe solche Rätsel und dann ist es irgendwie nicht mal ein Rätsel. Okay, das klappt nicht. Wird sein können, dass wir da noch was looten können. Wo geht es hier hin? Kommen wir hier zurück. Hier hat feine Sachen. Die nehmen wir mal mit. House of the Rising Sun. Sehr nett. Kann ich aber wahrscheinlich wieder nicht laufen lassen, weil sonst YouTube das nicht mag. Volksmusik All Stars. Wir können ja doch mal schnell gucken. Kurz. Wie lasse ich das laufen? Die grössten Interpreten der Volksmusik. House of the Rising Sun. Das haben sie wohl auch umgeschrieben. Kann ich das nicht anhören? Schliessen. Kann vom Hauptmenü aus angesehen werden. Ich möchte das jetzt hier schnell hören. Wenn ich mich jetzt schon dazu entschlossen habe hier. Geht nicht. Okay, geht nicht. Gut. Gehen wir wieder zurück. Gucken wir, was wir hier sonst noch haben. Irgendwas lag hier doch noch. Oder dachte ich das nur? Ja, hier ist nur diese Schallplatte. Okay. Haben wir die auch gefunden. Wir schauen mal noch mal kurz auf die Map. Die Richtung stimmt. Dann geht das hier rein. Hier hinten liegt noch was. Hier geht es sogar weiter. Ne, hier geht es nicht weiter. Wow. Okay, cool. Laserkraftwerk verbessert. Automatisch. Was auch immer das heisst. Halt, falsch. Schiesst jetzt vollautomatisch schnell aufeinander der folgende Laserstösse. Okay, das klingt relativ gut. Da hat sich der Ausflug nachher unten ja schon mal schwerstens oh, schwerstens gelohnt. Das war nichts. So, jetzt aber. Hat ein bisschen mehr als nur einen Schuss gebraucht. Ja, da muss ich umstellen. Dass wir schneiden können. Schneidest du? Aha, das geht mit Kimmel und Korn nicht. Das ist interessant. Ja gut, dann wären wir hier drin. Hier hat es auch noch die eine oder andere Leckerei, die wir natürlich dann dankend mitnehmen. Sonst nichts mehr. Hier geht es nicht weiter. Oh. Moment, da muss ich nochmal umstellen. Und kaputt. Und da kommt der nächste Kollege. Oh, da kommen jenseits der Kollegen. Ah, Moment. Ich wollte eigentlich hier rauf. Vielleicht können wir abhauen. Dann müssen wir nicht schiessen, sonst machen wir da alle Power weg. Mal gucken, ob das geht oder ob wir nicht sowieso gleich wieder reinkommen. Irgendwas höre ich. Ah, da unten schwirren sie rum. Okay, und die schiessen auch nach hier oben. Alles klar. Macht dann also keinen Unterschied. Oh, ich kann nicht mehr schiessen. Lädst du automatisch auf oder muss ich jetzt wieder irgendwo so eine Ladestation suchen? Mein Gott, was für ein Abenteuer. Nur weil man äh, irgendwie Dingens braucht. Schimmel. Medischock. Wo war denn das Aufladegerät? Das war draussen. Oder kann ich schon wieder? Muss mal testen. Doch, jetzt geht's schon wieder. Jetzt geht's wieder nicht mehr. Ah, geh weg. Braucht immer einen Moment, um aufzuladen, offensichtlich. Dauert aber auch ewig lang. Dafür, dass diese Knarre so gut sein soll. Jetzt ist eine, ist unten. Okay, jetzt höre ich aber auch nichts mehr. Haben wir sie alle. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Das war jetzt doch ein unerwartetes Stück Arbeit. Da können wir nichts mitnehmen. Keine Schilde. Schade. Ich dachte, wir würden noch ein bisschen belohnt, wenn wir hier schon so eine Riesenarbeit haben. Okay, hier geht's in die Kloake runter und hier geht's rauf. So viel ist schon mal klar. Was passiert hier? Hier haben wir eine Leiter. Da ist sehr glatt. Die Frage, was machen wir denn zuerst? Oder führen beide Wege ans gleiche Ziel? Map. Schwierig zu sagen. Wir klettern mal. Wo sind wir denn jetzt gelandet? erst mal looten. Da geht's wieder runter. Ist ja interessant. Okay, dann gehen wir mal runter. Öffnen auf der anderen Seite. Okay, somit hat sich dieses Rätsel gelöst. Dann müssen wir doch hier hinten rauf. Ah, das hat weh getan. Mit dem Knie, mit der Kniescheibe gegen die Eisenstange. Aua. Ich nehme mal an, da kommen wir wieder runter. Sonst habe ich natürlich jetzt wieder irgendwas übersprungen. Das wäre dann irgendwie relativ doof. Da haben wir auch noch was Schönes. Sieht fast wieder ein bisschen aus, als käme gleich ein Bosskampf, wenn man hier so viel Zeugs findet. Aber das kann ich eigentlich nicht ganz glauben. Das ist nichts. Das ist auch nichts, außer zu. Ja, und da geht es wieder runter. Neues Ziel. Schneide eine Betonprobe heraus. Okay, das machen wir. Das geht nicht, das geht nicht. Wir sind wieder zurück. Irgendwie kann es sein, dass wir dann da unten was verpasst haben. Kann sein, aber okay. Da komme ich in dem Sinn aber nicht runter. Wo ist denn diese Betonprobe? Hier hinten ist markiert. Nochmal gucken. Ja, ist schon zurück. Dann hier wieder da rein. Mal schauen. Oh, wo ist meine Knarre? Hallo? Man hat mich entwaffnet. Nein, hier unten ist sie. Okay, hat einfach mal prophylaktisch. Ach so, hat das Messer genommen, weil wir die Probe rausschneiden müssen. Okay, das kann man schon mal machen. Vielleicht ist es dann ja sogar hier in der Nähe, wo wir das tun müssen. Nochmal schnell auf die Map gucken. Wir gehen mal zu diesem Ausrufezeichen. Wenn hier nichts markiert ist. Nein, ist nicht. Dann gehen wir. Oh, okay. Das war dann doch ein bisschen hoch. Wie klettert man denn hier runter? Einiges bisschen. Das raufklettern funktioniert mittlerweile relativ gut, aber das kann es nicht sein, dass man sich dann hier so zu Todes stürzt fast. Okay, das würde eigentlich stimmen. Jetzt hier runter. Ach so, und hier haben wir den Zugang zur anderen Seite. Beziehungsweise eben, dass wir auf der anderen Seite hier reinkommen müssen. Okay, dann hat sich das doch nicht erledigt. Dann müssen wir das noch erledigen. Ah, da hinten ist eine Kette. Okay, die werde ich aber nicht von hier aus. Das wird nicht funktionieren. Von hier aus auch nicht, da ich die Tür nicht aufkriege. Wir können es ja mal testen, aber das kann eigentlich nicht klappen. Ne, ich komme da auch nicht richtig hin. Und hier ist halt irgendwie ein Glas oder irgendwas im Weg. Okay, wie kommen wir denn nach da hinten? Brüchige Wand. Hier, ah Gott, ja, ich und meine Pfadfinder gehen jetzt nicht hier, den Heisi wieder quer durch die Kanalisation jagen. Und darauf hoffen, dass ich irgendwo rausfinde, wie ich da in den Raum reinkomme. Also das könnt ihr von mir nicht verlangen. Nö, 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 nö. Zu. Ja, natürlich. Alles zu. Nochmal Map. Das wäre der Raum, in den wir rein müssen, wenn man sich jetzt hier mal die Map anguckt. Hier lang, hier nach vorn, hier runter. Dann sind wir aber auch nicht auf der anderen Seite. Wie kommt man denn hier rein? Das findet man hier so nicht. Okay, schneide eine Betonprobe raus. Aus dem schimmeligen Stück Beton. Das wäre doch dann aber da. Ja eben, da müssen wir zurückkommen. Eigentlich. Das wäre dann hier. Vielleicht kommen wir hier ja doch rüber. Geht. Okay, und jetzt haben wir doch hier hinten. Genau. Ah, guck mal. Es ist alles viel einfacher, als ich gedacht habe. Aber mir war jetzt wirklich danach, als müsste man da wahrscheinlich irgendwie den Eingang suchen. Müssen wir vielleicht noch. Aber nicht jetzt. Also, wir schneiden. Oh. 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 Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Story Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Na ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so. Klaus hatte mal einen Sohn. Im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht. Er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte, inständig es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube, ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Ja, äusserst verständlich, dass er dem Regime nie verzeihen wird. Vielleicht würde ich noch Max hin. Ob es ihm gut geht. Das können wir machen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn wir Max finden. Jetzt nicht wieder suchen. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020